Dass Sarah Connor und Mark Terencey ihren Kindern das Gesangstalent in die Wiege gelegt haben, ist kein Geheimnis. Schon öfter bewiesen die Kids der Musiker, wie gut sie singen und sogar Instrumente spielen können. Die 15-jährige Summer und der 17-jährige Tyler Terencey haben nun sogar einen eigenen TikTok-Kanal gegründet. Auf diesem veröffentlichten sie nun auch ihr erstes Video. Das Video beginnt, in dem Tyler auf der Gitarre spielt und seine Schwester Summer dazu singt. Später steigt auch Tyler in den Gesang ein und beweist, was für eine tolle Stimme er hat. Zu dem Video schreiben die Geschwister, unser erster Song zusammen, fühlt es mit uns. Unter dem Video hagelt es zahlreiche Kommentare von begeisterten Fans. Ihr seid der Hammer, so eine tolle musikalische Familie. Sarah kann richtig stolz sein, so tolle Kids wie euch zu haben. Wow, mega schön! Beide eine Wahnsinnsstimme. Toll!